Schreck! Wunderbar! Sieht schon mal gut aus. Und jetzt fangen wir an, unseren Kopf zu greifen. Aber nur unterlacken Kraft. Wichtig dabei ist der Kopf nicht in den Nacken. Das heißt, wir legen gut hier vorne. Eine schöne, gleichmäßige Bewegung. Nicht zu sehr abgehackt. Ja, das sieht sehr schön aus. Jetzt gehen wir rüber. Wir legen den Kopf zur linken Seite. Ihr müsst hier dann ein leichtes Ziel spülen. Linke Seite. Und gehen rüber zur rechten Seite. Und noch mal zur linken Seite. Und noch mal zur linken Seite. Und noch mal der letzte wechsel. Zur rechten Seite. Sehr schön. Jetzt schwanken wir an. Dann marschieren unsere Arme vorwärts zu greifen. Große Kreise. Und denk an die Füße. Ihr müsst immer noch gestreckt sein. Sehr schön. Und jetzt reichen wir mal rückwärts. Und jetzt halten wir die Arme oben an. Und greifen nach der Sonne. Warten wir uns ganz groß. Auf die Zehenspitzen weiter marschieren. Und wenn ihr werdet ihr nicht mehr hört. Dann lasst ihr euch oben und noch mal runter. Genau. Schön dabei auszuatmen. Und wir marschieren weiter. Und greifen noch mal in den Gewinn. Und lasst uns fallen. Und das Ganze noch einmal. Letztes Mal. Und fallen lassen. So. Jetzt stehen wir. Jetzt fangen wir an. Hüfte zu kreisen. Schön die Hüfte kreisen. Große Kreise. Denk daran, dass der Oberkörper stabil ist. Nur die Hüfte bewegt sich. Und in die andere Richtung. So. Das war es schon. Jetzt sind wir gut mobilisiert.